Gucken wir uns mal den Lack hier an im Licht und man sieht der ist halt sehr sehr schlecht. Der ist komplett zerkratzt. Ansonsten wie gehabt komplett sehr swirled. Ein paar starke Beschädigungen haben wir auch und zwar klar hinten Ladekante, sehr zerkratzt. Hier sind auch ganz tiefe Dinger drin, da müssen wir mal gucken was so geht mit drei Gängen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.